Hallo, hier eine neue Ausgabe des Ein-Minuten-Stars. Heute mit Maria Koschny. Hallo Maria. Hallo Sven. Ja, du bist ja eine sehr bekannte Sprecherin mit vielen Hauptrollen. Was hast du denn schon gesprochen im Realbereich? Was soll ich auswählen? Jennifer Lawrence? Was soll ich auswählen? Kristen Bell? Auswendig lernen. Du blendest es doch nicht. Nein, nein, du musst es sagen. Jennifer Lawrence, Kristen Bell, Misha Barton kennt ihr doch alle noch aus Aussie-Kalifornien. Und? Und Lindsay Lohan, glaube ich, hast du auch gesprochen. Oh, natürlich. Auch mit verändertem Gesicht. Ja, okay. Und im Zeichentrickbereich? Anime? Demon Slayer. Kennt ihr alle. Wen denn? Shinobu. Und noch was anderes? Ich bin die ganze Zeit Dauergast bei Lego. Das finde ich großartig. Gabby to Camera. Guckt euch das an. Ich feiere es. Ich würde zwar lieber... Ja, danke schön. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei der Ein-Minuten-Star. Vielen Dank.